Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Limbo. Ja, wir sind immer noch hier, wo dieses MG-Ding ist. Und... Ich nicht wissen, wie überleben. Oh. Oh. Okay. Jump! Ja, ah. Moment. Eine Sache kann man ja mal ausprobieren. Aha. Mach's kaputt! Ha, ha, ha! So. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ich hab grad so gedacht, so... Hm, Moment mal. Warum hängt das denn eigentlich da so? Das muss mir dann ja irgendwie folgen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das aktiv was nützt. Aber... Hey, es hat was genützt. Also... Oh, shit! Oh, shit! Nee, das ist irgendwie nicht richtig. Und nochmal. Ach so. Jetzt. Okay. Okay. Ach, du wirst da oben! Nein! Okay. Oh, no! Oh. Das musste jetzt einfach sein. Das war jetzt einfach... Moment. Also hier ist nichts. Hoppala. Ich denke mal nicht, dass das was gebracht haben wird. Machen wir mal. So. Verdammt, das war jetzt nicht das, was ich geplant hatte. Ich möchte auch magnetisch sein. Verdammt. Verdammt. So. Was mache ich denn jetzt hier da falsch? Ich bin so planlos. Ich muss sich irgendwie dafür sorgen, dass hier einer unten bleibt, damit ich hoch kann. Hoppala. Hört sich an wie so ein Geigerzähler. Okay, also noch. Ah, nein, ich wollte doch erst die Kiste zurückziehen. Komm zurück! Komm mal da! Scheiße. Aua. So, hat sich der kleine Timmy-Limbo-Junge die Birne angeschlagen. Jetzt rutschen die aber auch eh wieder beide runter. Ich weiß gerade nicht wirklich, was ich machen soll. So. Aus. Was wollt ihr von mir? Das muss ja nach da ganz oben. Los da. Mein Kopf. Übrigens, ich sterbe nicht, weil ich nicht aufpasse. Ich sterbe einfach, weil es mich nicht wirklich interessiert, dass ich sterbe. Ähm. Einfach so. Anti-Gravitations- Podien. Ja, hier war ja sonst nichts gerade. Aua. Machen wir einfach so. Apollah. Na super. Hat ja viel gebracht. Komm, Trickshot, Trickshot. Meist, das geht's. Äh. Aua. Äh. 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 Irgendwie muss das rum. Das Problem ist ja weniger das. Ich muss ja hier irgendwie rum. Geh mir her. Ich will das haben. Äh. Pff. Äh. 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 Ich würde sagen, gib mir das. Oh, shit. Ah. Super. Riff. Hm. Ich habe absolut keinen Plan, was ich gerade machen muss. Das ergibt alles keinen Sinn für mich gerade. Äh. Oh. Weil ich komme da ja gar nicht hoch. Ich muss ja irgendwie eine Kiste da hinkriegen. Ich muss ja gar nicht hochladen. Vielleicht ist irgendwas mit, dass ich die stapeln muss. Äh. Ach. Mein Gott. Mistkiste. So. Gib mir die Kiste. Komm. Komm. Ah. What the fuck. Okay, Leute. An der Stelle werden wir den Part beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich experimentiere noch ein bisschen rum. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.